Kommt, sind wir live mit der Challenge wieder. Wir sind wieder ein paar Tage hier mit der Challenge. Aber wir sind wieder live mit der Challenge. Da, also machen wir mit der Challenge weiter. Wir haben hier mal gespannt, was wir heute schauen werden. Wir werden Joel, schau mal was, mal gucken. Hoffentlich mindestens ein Level, weil wenn nicht, ist du. Welche Woche? Okay, es ist unwahrscheinlich so Welt 4 Stoffen. Das Ding ist, wir können schließe dich ein bisschen. Aber es ist ein anderes Thema. Wir sind schon klar und gedacht, okay, ja gut. Heute gehen ja so viel länger, wenn ich nur zweimal singe. Und das ist auch nichts. Einerdings. Das ist halt auch nicht jede Woche, sondern nur ab und zu mal. Das heißt, ab und zu mal ein bisschen mit anderen Projekten, die ich mache. Oh no. Wie hast du ihm da gemacht, so ungefähr? Dann kommen wir jetzt da rauf. Ah, da will ich da überhaupt drauf. Glaube ja, ne? Sag ich mal, wie das Geisterhaus auch gebaut ist, ehrlich gesagt. Was ist denn da für ein ekliger Buch? Oh meine Güte. Oh nee, du. Ich muss Münzen einsammeln, ne? Ja, muss ich. Ja. 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 Zwei. Wow. In den Schwachsinn da. Hä? 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 Wie komme ich da jetzt rüber? Jetzt weiter. Oh, hier. Wir haben sie gefunden. Ja. 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 Danke schön. Ja. Ja. Danke schön. Alter. Ja. Come on with. Willkommen mit. Dankeschön. Ich habe die richtige Tür, ich hoffe doch sehr, oh nee, ist es nicht, oh nee, du. Aber warte mal, wo muss ich hin, oh, ich muss die Blöcke berühren, da ist die auch plus 2, ne, nur plus 1, okay, Münzen plus 2, ein Blöcke plus 1, also warte mal schnell, Münzen sind wir auf 69, ja, und Blöcke auf 28, das ist so viel, naja. Na ja, da bin ich 4, 5, aber das habe ich mal in, äh, 5 Minuten geschafft, du. Ich habe noch Twitch in 3 Minuten, lol, naja, aber ich stream mir auch immer minus 100 Sekunden, wie auch immer das geht, hm. Aber doch, ich darf, man hört mich die ganze Zeit nicht, aber ja, war jetzt mal offen, also müssen wir mich eigentlich gar nicht schreit haben, was ich jetzt weiß, aber. so, ich habe noch mal die Musik, okay, perfekt, ne, das ist Musik, das ist nicht mein Mikro, oh Gott, hört man mich überhaupt? Oh no, wo ist denn das Mikro? Ah doch, ja, 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 das hört man ja. Okay, perfekt. Ja. So, man... Wirklich. Gut, eh. Ach, nööö. Jetzt muss ich auch noch einen Gegner berühren. Verdammter Babam. Das 1. Und es sind auch noch Münzen. Oh Gott. Und es sind auch 80 Quadrillionen Blöcke, wie soll ich gerade? Oh Gott. Viele Blöcke waren da, ich hab keine Ahnung. Weil wenn die Boden sind, zählt das nicht. Wenn die so einen Boden sind, aber auf jeden Fall nur ein Gegner und eine Menge Münzen. Kann ich überspringen? Ja. Perfekt reingejumped. Lutscht da rein? Yeah. Oh Gott. Kann durch die Durchsprünge, keine Ahnung. Das ging relativ smooth. Oha. 74 Münzen, okay. Geh weg. Weh machen wir doch hier komplett lolle. Was ist das coole Level? Nein, es ist ein... Ach nee, das ist das... Oh, in Welt 5. Ich kann jetzt keine Stammattacke machen. Und wann sterbe ich jetzt? Nein. Okay, gut. Kompel runter, nein. Möge ich sich da irgendwie... Ups. Oh, sonst habe ich auch die eine... Oh, selbst da habe ich dann trotzdem noch eine Münze ein, I guess. Oder? Tue ich? Ja, tue ich. Also... Nicht nur unten. Wer so oder so eine Münze einsammelt. Also daher... Oh, so. Genau die. Kann ich da unten bleiben? Dafür doch sehr. Ja, kann ich. Nett. Nett. Oh, Gott. Wenn die Augen passt. Oh, Gott. Wenn die Augen passt. Oh, Gott. 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 Wirklich so, glaube ich, habe ich nicht aktiviert, weil da gibt auch die Fotos und Münzen. Die Vlogger will ich auch nicht überrühren, wenn wir hier nichts zu tun haben. Wir haben schon 80 Quadrieren, Vlogger auf dem Zorn, das immer genau zu sein. Ach wirklich! Ach nö! Ha! Ausgewichen! Ach come on! Oh ne, ich muss ihn da berühren, ne? Ne, muss ich nicht, alles gut. Ne, das ist gut. Ne, das ist gut. Ne, das ist gut. Oh ne, kommt man da raus, I guess. Ne, das ist gut. Ne, das ist gut. Ne, das ist gut. Ne, das ist gut. Ne. Ne... So schmal nicht. Ist das eine Münze? Ah. So. Wundervoll. Wie ich das gemacht habe, war das aber wundervoll. Das mit dem Block ist aber nicht so wundervoll. Na doch. Oh nee, das ist so ein Knochen-Truggin. Oh Gott. Oh mein Gott, der geht hier rüber. Oh mein Gott. Bro. Alter. Junge. Danke. Danke. Ich muss mich mit dem Block da nicht mehr auseinandersetzen müssen. Oh Gott, hier ist ja auch einer. Oh mein Gott. Ich muss mich mit dem Block da nicht mehr auseinandersetzen müssen. Oh Gott, das schreckt mich doch nicht so. Da ist aber trotzdem irgendwie erschrocken. Ja, komm nochmal runter, du. Dankeschön. Ich muss mich mit dem Block da nicht mehr auseinandersetzen. Und ich will nicht mehr auseinandersetzen. hat gut geklappt wundervoll das war dumm ne war es nicht, das war super das war ne Münze, die ich haben will die kann ich auf jeden Fall verzichten, sag ich doch die kann ich auf jeden Fall nein, man, das wäre so schön, wenn das gehen würde natürlich muss ein Knochen trocken sein warum kriege ich mich da jetzt nicht mehr raube wenn ich jetzt mal weniger auf den Mittelpunkt da gehe die Plattform dort als seine Speckfreund ja, genau dahin okay, das klappt scheinbar nicht, schade, hätte sein können das freut mich sehr also ich wollte schon sagen, und jetzt kann aber nicht immer an die Lava da fallen kann aber irgendwas kommen wundervoll, wundervoll, wundervoll wundervoll, wundervoll, wundervoll wundervoll, wundervoll was war ich hier, der muss noch mal ich weiß es gar nicht mehr was war ja der Boss ach, jetzt weiß ich es wieder wundervoll, wundervoll, wundervoll was? ah doch, okay oh, oh wait, ich muss eine Stampfattacke machen wundervoll was zur Hölle ist da gerade passiert okay, gut, das war Treffer Nummer 1 irgendwie sorry zwei oh gut gut, dass ich kein Zellset gemacht habe ja, nochmal zwei das war ich weiß es gar nicht mehr was zur Hölle ist da gerade passiert es ist zu spüren 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 die wilden haben wir noch, ach ja ich muss erstmal den mister ficken, moment, ob wir da heute machen können, muss er mal den mister ficken das ist noch nicht fix, weil die sollen da eigentlich nicht sein, da gehören die nicht hin, okay, moment, ich muss noch mal den humble rote wegnehmen, weil der ist nervig da, so und dann kannst du losgehen ja, wir sind gerade mal 20 minuten vergangen, was, darfst du es schon mehr sein, was, was, okay, crazy ich weiß nicht, 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 aber ich weiß nicht, weil wir sind schon ein Weltruber-Movie aber ich werde nicht beschrieben, naja egal ich weiß nicht, ich glaube, okay, noch Überlegungen, oh lol, eventuell ohne unterfallen mein besiegt meine Maus hier, oh no naja das ding ist hier gerade momentan wieder echt gut gestichten diese woche kann nicht wirklich langsam ich kann auch nicht wirklich ja okay einmal ist ziemlich spät also die Affenschichten sind halt echt hohe Schichten die shoppen halt nix meine Güte dankeschön oh no kuba kumba ich glaube ich werde immer auf den Gumba drauflanden kann das sein nein kann das nicht wundervoll okay wundervoll so steh auf weg da wann habe ich eine Münze eingesammelt wann habe ich eine Münze eingesammelt wann ist das denn passiert wann ich werde nicht mitbekommen oh sie da im Bild oh nee ich muss die Blöcke da berühren oh der Münze nehme ich nicht mehr das heißt nur zwei Blöcke ich sagte Münze nehme ich nichts mit naja vielleicht auch noch plus einen Block what der für eine krasse Wurftechnik dieser na Gegner will ich aber nicht plus eins machen ja und das war dann ich die 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 oh mein gott oh mein gott oh mein gott wie okay plus zwei Blöcke nur wundervoll und ohne Gegner Ohne Gegner, und damit mache ich auch dich, Goomba. Oder ich auch nicht, Goomba. Oder ich, Goomba, ist ja auch nicht. Wundervoll. Oder ich auch nicht. Yeah. 5.1 ist nun abgeblasen, eieieieie, das geht schneller voran als gedacht. Oh, das war ein fürchterliches Level, ne? Hm, 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 hm. Ich blöcke ihn zugefügt. Oh, no, ich weiß nicht, wo ich blöcke ihn zugefügt habe. Oh, no, hab ich ihn zugefügt? Ja, geil. Ich kann sagen, mache ich morgen nochmal weiter. Einfach Stream. Vielen Dank an jeden einen. Ja, das ist ja der sehr große Stream. Auch das Gründe. Ich wünsche das Stream. Vielen, vielen Dank an Jens und Lava. Mega, mega cool. Morgen dann wieder 19.50 Meter Challenge. Ich hoffe, ich kann dort wieder. Bis dann und tschö. Danke. Tschüss. Tipps. Ja. Und wenn ja, noch mal die Kamera. Wunderschöne. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.